Hallo, ich zeige den Tanz Never Drinking Again, choreografiert von Lee Hamilton. Er hat zwei, drei Scount, vier Wände und ist im Beginner Level Line Dance. Gut, wir starten rechts über links mit einem diagonalen Schritt, rechts vor, dann gibt es hinten einen Touch mit links und mit dem gleichen Fuss gehen wir zurück und machen mit dem rechten Schritt einen Schritt nach rechts. Machen wir das nochmal, sieben, acht, kreuzen, touch, zurück, Seite. Und jetzt machen wir dasselbe mit links, links über rechts, kreuzen, touch, zurück, Seite. Nochmals von Anfang an, sieben, acht, kreuzen, touch, zurück, Seite. Kreuzen, touch, zurück, Seite. Die nächste Nacht ist ein Step Turn, Viertel Drehege, Schritt vor, Viertel Drehege in eine Weave, Cross, Side, Behind, Side und schliessen ab mit einem Cross Rock. Gut, ich starte auf drei Uhr, von Anfang an, damit ich schön führe kann, sieben, acht. Kreuzen, touch, zurück, Seite, kreuzen, touch, zurück, Seite. Step Turn, Viertel, vorne, Seite, hinten, Seite, Cross Rock. Die dritte Nacht, wir machen einen langen Schritt nach rechts, ziehen den Link hin und machen einen Back Rock. Und das gleiche nach links, Seite, hinziehen, Back Rock. Gut, wir hängen es zusammen von Anfang an, starten wieder auf drei, sieben, acht. Kreuzen, touch, zurück, Seite, kreuzen, touch, zurück, Seite, Step Turn, Viertel, vorne, Seite, hinten, Seite, Cross Rock. Einen langen Schritt nach rechts, Back Rock, Side, Back Rock. Die letzte acht, das ist eine Figure of Eight, das heisst das, das ist wie eine Drehte Weave. Das heisst, da wo ich starte, komme ich auch wieder hin, nachdem ich die acht Schritte gemacht habe. Ich mache Side, Behind, dann gehe ich in ein Viertel. Dann mache ich Step Turn, halbe Drehege und nehme das Gewicht nach vorne. Ich will wieder dort hin, wo ich gestartet habe. Jetzt brauche ich nochmal ein Viertel, hinten kreuzen, Seite. Dann ist sie fertig. Dann habe ich die acht Schläge und ich bin wieder da, wo ich gestartet habe. Machen wir das nochmal, sieben, acht. Seite, hinten kreuzen, Viertel, Drehege, Step Turn, einen halben, wieder ein Viertel, hinten kreuzen, Seite. Gut, wir zählen jetzt von Anfang an und ich starte nochmal auf drei. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 sieben, acht. Gut, das wäre es schon gewesen. Viel Spass. Ich verlinke euch unten noch den Tanz mit der Musik. Tschüss.